Musik Herzlich willkommen zum nun dritten magischen Adventskalender. Ich freue mich, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Auch konnte ich wieder einmal ganz viele fleißige Elfen einspannen. So seht ihr hier bereits die 24 vorbereiteten Türchen. Jeden Tag wird sich davon eines öffnen. In Form eines Links. Ihr müsst dann einfach draufklicken. Und dahinter verbirgt sich ein Elf, der ein Gewinnspiel für euch veranstaltet hat. Also ich hoffe, ihr werdet daran viel, viel Freude haben. Am Adventskalender natürlich auch. Aber ich wünsche euch auch natürlich eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Türchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017